Sven, du hast gegenwärtig 15 Schokoriegel und 20 Tüten Popcorn. Wie viele Tüten Popcorn wärest du höchstens aufzugeben bereit, wenn du dafür 5 Schokoriegel zusätzlich bekommst, sodass dein Nutzen genauso hoch ist wie zuvor? 5 Tüten Popcorn. Und auf wie viel Popcorn würdest du gerade noch verzichten, um 5 weitere Schokoriegel zu erhalten? Das wäre mir 3 Tüten Popcorn wert. Nun sind wir wieder in der Ausgangslage. Wenn du nur noch 10 statt 15 Schokoriegel hättest, wie viel Popcorn brauchst du, damit es dir genauso gut geht wie zuvor? 27,5 statt 20 Popcorn-Tüten. Und wenn du nur noch 5 Riegel hättest? Dann bräuchte ich 45 Tüten Popcorn, damit ich mich nicht schlechter als in der Ausgangslage fühle. Natürlich können wir Sven auch nach kleineren Änderungen fragen. Tendenziell laufen die Antworten darauf hinaus, dass Sven umso mehr als von einem Guthaben will, je mehr er von den anderen Guten hergibt, damit sein Nutzen unverändert bleibt. Die Kombinationen, die alle genauso gut sind wie die Ausgangslage A, müssen also auf einer fallenden Kurve durch A liegen. Diese Kurve heißt deshalb Indifferenzkurve. Dann bräuchte ich nicht. Vielen Dank.